Würde man chinesische Truppenaufmärsche rechtzeitig erkennen oder wäre eine Invasion Taiwans ein Blitz? Kommt darauf an, wie sie durchgeführt werden. Das ist ein bisschen das Problem. Wenn die Chinesen sich entscheiden, einen großen Aufmarsch zu beginnen, ist eine Geschichte. Aber was wir zum Beispiel haben, ist, dass die Chinesen üben, mit zivilen Pferden amphibische Landungen durchzuführen. Und diese zivilen Pferden werden immer wieder mal zu Übungen herangezogen. Die werden immer wieder mal woanders hin verlegt. Die fahren nicht immer die eigene Route. Es wird immer eine Vorwarnzeit geben. Die Frage ist, wie lange ist die? Ist die drei Tage oder ist die drei Monate? Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Wenn die Fähren aufhören zu fahren und es Aufnahmen gibt, dass militärische Konvois, dass Truppen an Bord der Fähren gehen, selbst im Gelben Meer und die Fähren fahren auf einmal in Richtung Süden, dann wird man in Taiwan sehr schnell darüber nachdenken, ob da was passiert. Dann sind die Fähren aber bereits unterwegs und die brauchen nach Taiwan zwei Tage. Also es kann verhältnismäßig kurzfristig einen Angriff erfolgen. Die Frage ist halt, welches Risiko die Chinesen eingehen wollen und wie ihre Berechnungen sind. Wir müssen natürlich eines sagen, je kürzer die Vorbereitungszeit ist, desto weniger kann man logistisch vorbereiten, desto weniger Truppen kann man konzentrieren, all solche Dinge, die den Erfolg verringern. Das heißt, am Ende wäre es eine Abwägung zwischen Überraschungsmoment mit zu schwachen Kräften oder einem vollen Angriff mit allen Kräften, aber der das Überraschungsmoment ein gutes Stück abgibt. Also es wird immer Vorwarnung geben. Die Frage ist, wie lange vorher und zu welchem Zeitpunkt wird die volle Ernsthaftigkeit erkannt. Wir haben es mit den Russen gesehen, dass die vorher schon mal im Jahr zuvor einen großen Aufmarsch durchgeführt haben, wieder abgezogen sind. Dann haben sie wieder den Aufmarsch durchgeführt und wir sehen, auf ukrainischer Seite hat man nicht mobil gemacht. Das heißt, auf ukrainischer Seite hat man zwar die Warnungen bekommen von den westlichen Seiten, aber von Seiten der Regierung war in der Abwägung der Warnungen verglichen mit den möglichen Nachteilungen einer falschen Mobilisierung oder einer Mobilisierung im Sinne von, die den Russen einen Vorwand gibt, hat man sich dagegen entschieden zu mobilisieren, obwohl die Warnzeichen da waren. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt immer Warnzeichen. Die Frage ist, erkennt man sie? Das war ähnlich bei dem ukrainischen Angriff nach Kursk hinein. Auch dort gab es Warnzeichen. Die Russen wollten sie nicht erkennen. Und das war bei Israel so in Vorbereitung der Hamas, der Vorbereitung des Terroranschlags vom 7. Oktober. Dort gab es ebenfalls Vorwarnungen. Die gibt es immer. Das Entscheidende ist natürlich, es ist deutlich einfacher, die im Nachhinein zu betrachten und zu sagen, seht, dort sind sie aufmarschiert und dort haben sie den Angriff vorbereitet. Das ist etwas völlig anderes, als wenn der Aufmarsch erfolgt, zu erkennen, dass es ein tatsächlicher Angriff ist, weil es kann ja nur eine von vielen Übungen sein. Hier ist es also nicht so einfach zu sagen. Letztendlich muss es so, je größer der Angriff, je kraftvoller er geführt wird, desto mehr Vorbereitungszeit braucht er realistischerweise. Aber die Chinesen haben natürlich Monate und Jahre Zeit zur Vorbereitung. Die können jetzt mit dem Bau von Depots beginnen, die den Nachschub bereitstellen und die langsam füllen. Und irgendwann merken die Bewohner Taiwans, dass sie zwar lauter Depots, die Russen, die Chinesen lauter Depots am Festland haben, aber trotzdem keine Invasion durchführen. Und dann sinkt die Alarmbereitschaft auch wieder, weil man ja nicht permanent auf 100 Prozent sein kann. Und so können die Chinesen natürlich auch die Gelegenheit nutzen, Taiwan etwas weich zu kochen. Also es ist nicht so einfach zu beantworten, um ehrlich zu sein. Und wenn man sehr vorsichtig ist, wird man zwangsläufig Fehlerkennung durchführen, erwarten, dass ein Angriff erfolgt, weil er ohne dass er erfolgt. Daher ist es schwer zu sagen. Es wird Vorzeichen geben. Die Frage wird sein, werden Sie, werden ich, werden die Bewohner Taiwans, die Regierung, werden wir das erkennen, dass es ein Angriff ist oder nicht. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.